Hallo und Privet aus Kaliningrad. Mein Name ist Uwe Niemeyer. In Russland auch kurz Edychewitsch. Ich bin Deutscher, Ostdeutscher. Seit dem 95. Jahr des vorigen Jahrhunderts lebe und arbeite ich in Kaliningrad und ich habe eine Meinung mit russischem Akzent. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Tag 6 des russischen Ultimatums an Deutschland. Am 23. September, zehn Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit, übergab Russland der Internationalen Organisation zum Verbot von Chemiewaffen, ein Schreiben. Gerichtet an Deutschland. Russland fordert darin die Übergabe sämtlichen Nawalny-Beweismaterials durch Deutschland an Russland. Das Ultimatum endet am 3. Oktober 2020, dem Tag der Deutschen Einheit. Einer Reihe von Kommentaren in den letzten Tagen konnte ich entnehmen, dass deutsche Medien nicht über das Ultimatum Russlands berichtet haben und somit die deutsche Öffentlichkeit nicht darüber informiert ist. An sich ist dies nichts Erstaunliches, nichts Besonderes. Denn deutsche Medien berichten häufig nicht über Interessantes und Wichtiges aus Russland. Das ist aber die Angelegenheit der deutschen Medien, festzulegen, was für sie wichtig und berichtenswert erscheint. Dafür berichten aber russische Medien über Ereignisse in Deutschland im Zusammenhang mit Nawalny. Am heutigen Montagmorgen wird von Leenta Roux der Spiegel zitiert mit der Nachricht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel geheim den Patienten Nawalny in der Charité besucht haben soll. Sie soll ihm dort versichert haben, die Angelegenheit im Interesse der Wahrheitsfindung bis zum Ende zu gehen. Was Frau Merkel unter Wahrheitsfindung und bis zum Ende gehen versteht, werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Interessant wäre es aber heute schon zu erfahren, warum Frau Merkel den Patienten Nawalny geheim besucht hat. Warum sollte die deutsche Bevölkerung davon nichts erfahren? Sie tut doch damit ein gutes Werk, wenn sie ihren persönlichen Gast am Krankenbett besucht. Aber kommen wir noch mal auf meine Informationen zurück, die ich verbreite. Mit meinem kleinen, doch mehr regional orientierten, nicht kommerziellen Blog versuche ich nur die Informationsdefizite ein wenig auszufüllen und über das zu informieren, was ich täglich in diesem Land, Russland, persönlich erlebe. Man kann mit meinem Erlebten, mit meiner Meinung, mit meinen Ansichten einverstanden sein oder auch nicht. Ich bin nicht Journalist und ich berichte ganz bestimmt nicht objektiv, wie deutsche Medien von sich so häufig behaupten. Mein Ziel ist es nicht, mich bei Lesern und Zuschauern beliebt zu machen oder aber auch unbeliebt. Komplimente lese ich natürlich genauso wie Beschimpfungen übelster Art. Ich lebe damit, seit vielen Jahren. Natürlich gibt es bei einigen Lesern auch Misstrauen meinen Meldungen gegenüber. Wer ist dieser Niemeyer überhaupt? Irgendein Deutscher, der in der Kaliningrader Provinz lebt, der sich nur wichtig tun will und Fake-Nachrichten verbreitet? Sie können sich gerne in russischsprachigen Medien kundig machen, so wie ich es auch tue und dort das lesen, was deutsche Medien, für die sie teuer bezahlen, nicht berichten. Natürlich sind die Beiträge in russischer Sprache, aber für eine ganz grobe Übersetzung liefert der Google- oder Yandex-Übersetzer doch recht ordentliche Ergebnisse. Probieren Sie mal diese Meldung, die ich hier einspiele, der international sehr hoch angesehenen Zeitung Kommersant. Wenn Ihnen Kommersant nicht gefällt, so suchen Sie andere russische Medien. Auch bei YouTube finden Sie jede Menge Informationen zu diesem Thema. Ich habe für Sie einfach mal bei Google den Suchbegriff zur Thematik russisches Ultimatum an Deutschland in russischer Sprache eingegeben. Sie sehen ein überquellendes Angebot in russischen Medien. Bleiben wir noch ein wenig beim Thema Beziehungen Deutschland-Russland. Wie angespannt die Lage zwischen Russland und Deutschland ist, zeigt doch auch, dass es keine Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Russland geben wird. Die deutschen Diplomaten haben nur Glück, dass es die Corona-Pandemie gibt und man das Ausfallen dieser Feierlichkeiten damit, zumindest in Russland, begründen kann. Ob die Feiern wirklich ausfallen oder ob man diese doch irgendwie, irgendwo im gewissen Freundeskreis organisiert, werden wir erfahren. Ganz bestimmt. Russland ist zu klein, um Geheimnisse zu haben. Und natürlich wird man sich Fragen stellen, wenn Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in anderen Staaten und in Deutschland selber stattfinden. Das wäre ja dann ein kleiner Widerspruch. Oder ist das Coronavirus in Russland gefährlicher als in Deutschland und den anderen Ländern dieser Welt? Und es gibt noch ein weiteres Ereignis, über das zwar auf der Internetseite der Deutschen Botschaft in Moskau noch berichtet wird, aber in den mir zugänglichen deutschen Medien höre und lese ich nichts. Und auch die russischen Medien berichten nicht darüber. Am 27. September, also gestern, begann das Deutschlandjahr in Russland 2020-2021. Es wird davon gesprochen, dass erstmals seit acht Jahren wieder ein derartiges Jahr durchgeführt wird. Man verspricht sich gewinnbringende Impulse für die deutsch-russischen Beziehungen in all ihren Facetten. Nun, wer sich für dieses Jahr interessiert, kann gerne auf der Internetseite der Deutschen Botschaft nachlesen. Hier der Link dazu. Wie gesagt, in Russland scheint sich bisher niemand für dieses Jahr zu interessieren. Zumindest habe ich keine Informationen vorliegen. Brennend würde mich interessieren, wie dieses Jahr in Kaliningrad durch das Generalkonsulat gestaltet wird. Aber die Internetseite erwähnt mit keinem Wort dieses deutsche Jahr in Russland. Zumindest habe ich auf der Internetseite des Konsulats nichts gefunden. Schade. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Pakat aus Kaliningrad. Tschüss und Pakat aus Kaliningrad. Kornand. Untertitelung. BR 2018